hallo leute und willkommen hier bei me apple cat da sind wir schon wieder mit einer neuen beta von ios 13.2 ja schon die beta 3 mittlerweile also apple gibt richtig gas hier einen richtig schnellen update zyklus legen sie hin das allerdings nicht aus luxus sondern das ist auch echt notwendig denn da sind auch so viele bugs in ios 13 drin komme ich später noch kurz dazu auf jeden fall wir schauen mal was war dann jetzt hier los bei 13.2 beta 3 aufgeschlagen ist das update mit 164,3 megabyte hier auf meinem iphone 7 kann natürlich ein bisschen variieren vor dem update hatte ich 74,22 gigabyte frei und jetzt sind es 74,28 also ein ganz klein bisschen habe ich hier dazu gewonnen aber die frage der fragen ist ja immer wieder ja was hat sich denn jetzt hier geändert bei ios 13.2 ja nix so richtig zumindest hat apple ganz ganz merkwürdig ja die haben hier nix in die release notes reingeschrieben die haben jetzt nicht geschrieben hier der bug der bug das wurde behoben das wurde verbessert hier eine schriftart verändert die haben nichts reingeschrieben die haben wirklich absolut nichts reingeschrieben hier bei 13.2 was schon sehr sehr merkwürdig ist okay wir halten aber mal fest wir sind mittlerweile schon in einem wöchentlichen update zyklus was für uns bedeutet ja das final release ist nicht mehr allzu weit in der ferne was auch sehr sehr gut ist aber eine änderung habe ich dann doch noch mal finden können quasi denn es gibt hier ja so eine kleine reparatur wenn ihr nämlich der beat studio drei kopfhörer mit eurem iphone verbindet dann gibt es ja auch so eine nette animation wo man dann genau wie bei den airpods sieht hier das sind meine beats studio drei kopfhörer ja und bisher wurden da immer die apple airpods angezeigt und drüber stand dann beats studio drei das wurde gefixt jetzt werden da die richtigen kopfhörer angezeigt und das war es schon was ich euch erst mal berichten kann aber bevor ich jetzt hier noch ein bisschen rummoser über die bugs die mich so nerven schauen wir noch mal in den geekbench ihr erinnert euch bei der beta 2 hatten wir einen sehr enttäuschenden geekbench hier im multi core dass wir unter die 6000 gefallen sind und jetzt hat sich das zum glück wieder gerichtet wir haben hier in der beta 3 3569 im single core score und 6107 also wieder deutlich über die 6000er marke drüber gerutscht da kann man es auch mal sehen von 58 auf 61 das sind 300 punkte das ist schon ein bisschen was und auch so im langzeit vergleich mit 6100 wir gucken mal nach unten ist das ein sehr sehr guter wert hatten wir den überhaupt schon mal gehabt nee 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 habe ich hier auf dem iphone 7 noch nie gemessen also von der performance da ist auf jeden fall was passiert im hintergrund aber ansonsten dass es hier irgendwelche updates änderungen veränderungen gab oder irgendwelche größeren bug fixes nee also da merkt man schon dass jetzt hier nicht mehr allzu viel dazu kommt in der beta 2 war ja eine ganze menge schon mit drin mit neuen animo cheese oder emojis und naja schaut euch einfach eigentlich verlinkt nochmal da gab es eine menge zu berichten aber hier ja sind die infos einfach ziemlich rar gesät von daher quatschen wir auch gar nicht länger rum das ist ios 13.2 beta 3 und ich hoffe dass vielleicht so in zwei wochen dann das final release kommt wo dann endlich die ganzen bugs behoben werden denn ich werde hier wahnsinnig mit ios 13 ich habe jetzt seit neuestem echt probleme hier auf meinem ipad seit ich das neueste update gemacht habe auf ipad os 13.1.3 habe ich obwohl ja hier die bluetooth probleme behoben sein sollen auf dem ipad jetzt habe ich richtig bluetooth probleme nämlich wenn ich meine airpods hier koppel nach fünf sekunden entkoppeln die sich immer wieder und das hier bei dem neuesten update super nervige sache und dann habe ich hier mit der apple watch mit dem koppeln mit iphone tierisch probleme dass wenn ich hier meine podcasts höre beim autofahren und ich will hier was steuern play pause oder so das reagiert ja manchmal überhaupt gar nicht oder nur mit so einer großen verzögerung da denkt man echt nicht dass man hier die neueste hardware am handgelenk hat mit der neuesten software also apple da müsste echt noch ein bisschen arbeiten und ich hoffe inständig dass der final release von 13.2 diese ganzen problemchen endlich behebt denn momentan bin ich leicht genervt aber das sollte erst mal gewesen sein freunde wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste woche wieder zur beta 4 bis dahin sage ich tschüss und bye bye